Kannst du den Puls des Kapitels fühlen? Berlin kenne. Aber ein tolles Ziel! Wie machst du, Salomon Kalou? Und Bayern München sind hier, um zu reagieren. Das ist ein tolles Ziel! Und Graff ist absolut faszinierend. Der Top-Match in der Bundesliga auf Matchday 13. Hertha Berlin vs. Bayern München. Nein! Nein!